Oh, was passiert hier? Was ist das? Oh Leute, mein erster Stockhand. Wie war denn das hier nochmal? Äh, äh, äh. Ah, hier, Tippen. Zack, 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 zack. Wir müssen leise sein. Komm, die macht ja fertig. Los, gib ihn. Gib ihm Kante. Heu ihn weg. Ja, jetzt ist er wütend. Pass auf. One Shot. Ach, du Scheiße, geil. Yo, moin, hier ist wieder euer Soulteye. Ich versuche schon krampfhaft den ganzen Tag gute Charaktere rauszuholen. Und hier wird es, glaube ich, mal gucken, ob wir ihn kriegen. Komm, lad schneller. So. Ach, kein Rank Up. Ah, wieder nicht. Jo, Jungs, wie gesagt, ihr wisst, ich habe früh angefangen und, äh, ich freue mich jedes Mal, wenn ich hier so einen Hammergegner besiegen kann. Okay, hier auch gegen Goku. Ähm, super schwer. Die Attacke hatte ich auch noch nicht gehabt. Wir schauen uns das mal an. Ha! Los, Maring, fertig da. Alter Brudi. So, hier, mein zweites Dokkan. Ah, verkackt. Treffer, 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 Treffer. Jungs, wir müssen wieder leise sein. Den knallt er doch weg. Ah, leckt mir am Arsch, halt. Boah. Ja, super, Saiyajin 3. Den kriegen wir doch auch geknackt. Aber, Jungs, wie gesagt, ich wollte unbedingt ein paar Charaktere sammeln. Ein bisschen grinden. Und bin hier so ein bisschen, äh, stecken geblieben. Weil die Kämpfe, ja, da muss man halt richtig kämpfen, ne? Nicht so ein One-Shot, alles weg. Boah, geil. Ähm, genau. Ich finde das gut, wenn man so ein bisschen um den Erfolg kämpfen muss. Und nicht einmal, äh, ja, spielst du ein Event und zack, bist du schon fertig. Einige von euch, äh, würden drüber lachen. Aber, wie gesagt, ich freue mich drüber. Ich habe auch gerade erst angefangen, ne? Von daher, alles gut. Ne, so langsam, äh, steigt man auch, äh, dort hinter. Und das ist jetzt so mein Team 1, äh, was ich so jetzt gefunden habe, ne? Ach so Scheiße, der bratzt mich doch bestimmt weg. Wie viel Energie habe ich überhaupt noch? Oh, Freunde. Das ist knapp. Guckt euch das mal an. Ah, jetzt kommt wieder Super Saiyajin 4. Das ist mein stärkster Charakter. Und ich muss sagen, ich bin echt zufrieden mit ihm. Hut ab, dass ich ihn gezogen hatte. Komm, Meteor, krache, rauf auf ihn da. Geil. K.O. Ja, wie gesagt, Freunde, ich bin am Grinden. Ich freue mich wie so ein kleines Kind, dass ich auch mal ein paar Events schaffe. Ja? Ähm, wie gesagt, ein paar Charaktere, äh, ja, erhalten, hochleveln. Äh, Events spielen, die super schwer sind, wo man richtig, äh, ja, kämpfen muss. Ähm, das ist so mein Ding. Genau, wieder eine Mission abgeschlossen. Und ich denke mal, sobald ich, äh, nachher, gute Charaktere habe, die, äh, richtig hoch sind, äh, äh, dann zeige ich euch auch andere Sachen, ja? Aber erst mal zeige ich euch den Weg, ja, von, von mir, von Anfang an, bis halt zu einem, äh, richtig guten Spieler. Ne? Also, das heißt, ich nehme euch mit. Ich hoffe, euch wird es nicht zu langweilig. Wie gesagt, bei Tipps und Tricks, ab in die Kommentare. Ja, ich grinde weiter. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, euer Zoltai. und euer Zoltai. Und euer Zoltai.